Das ist der Tanzmann in Köln mit der Talentprobe Hallo Köln! Bei uns ist jeder willkommen und darf mitmachen. Es knallt auf der Bühne, es knallt unten. Also wir haben die buntesten Vögel dabei. Es entscheidet meist der erste Moment und dann muss man natürlich singen können. Oh mein Gott!